Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in unserem Land hat sich der Linksextremismus längst zum Linksterrorismus entwickelt. Und die Bundesinnenministerin schaut dieser für unsere aller Sicherheit zur gefährlichen Entwicklung nicht nur tatenlos zu. Nein, durch ihre ideologisch bedingte, völlig verfehlte Fokussierung auf den Kampf gegen Rechts ist sie selbst zum Brandbeschleuniger dieser Entwicklung geworden. Das ist inakzeptabel und kann nicht länger hingenommen werden. Dass wir in unserem Land bei der Terror- und Extremismusbekämpfung dringend eine Kurskorrektur brauchen, haben nicht zuletzt die Fälle einer festgenommenen RAF-Terroristin und der Anschlag der linksextremistischen Vulkangruppe auf die kritische Infrastruktur in unserem Land gezeigt. Die mit Haftbefehl gesuchte RAF-Terroristin Klette wurde nicht, wie man das in einem Rechtsstaat erwarten müsste, durch Polizeibehörden, sondern durch Journalisten entdeckt, die einfach in öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert haben und dadurch auf die Spur dieser Schwerverbrecherin gekommen sind. Denn diese Staatsfeindin lebte mitnichten im Untergrund. Sie hat völlig ungeniert am normalen gesellschaftlichen Leben teilgenommen, hat Nachhilfe gegeben und war Tanzlehrerin. Und trotzdem war sie für unsere Sicherheitsbehörden unauffindbar. Und die Innenministerin erbreistet sich allen Ernstes, diesen Erfolg dann der eigenen, angeblich so erfolgreichen Sicherheitspolitik zuzuschreiben. Frau Feser, die jetzt leider wieder mal nicht da ist, für wie blöd halten Sie eigentlich die Bürger unseres Landes? Die Wahrheit ist, dieser Vorgang ist ein Armutszeugnis für unsere Sicherheitsorgane und zeigt die ganze Dysfunktionalität unseres Staates in diesem zentralen Sicherheitsbereich. Und das muss endlich ein Ende haben. Und das belegt auch das staatliche Agieren in Bezug auf die linksterroristische Vulkangruppe. Diese hat zuletzt in Brandenburg einen Brandanschlag auf einen Strommasten verübt, der durch den erzeugten großflächigen Stromausfall nicht nur Hunderte von Millionen Euro Schaden im dortigen Tesla-Werk verursacht hat, sondern vor allem auch zu einer Lebens- und Gesundheitsgefahr für Patienten, in dem vom Stromausfall betroffenen Kliniken und Arztpraxen geführt hat. Supermärkte konnten über Tage nicht beliefert werden. Aber das war nicht der erste Anschlag dieser Gewaltverbrecher. Diese Terroristen verüben seit 2011 solche Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur. Und die letzte Sitzung des Innenausschusses hat klar und eindeutig ergeben, dass bis zum heutigen Tage nicht ein einziger Tatverdächtiger identifiziert, geschweige denn festgenommen worden ist. Das ist ein sicherheitspolitischer Skandal. Noch blinder kann ein Staat auf dem linken Auge gar nicht mehr sein. Und das ist umso schwerwiegender, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass dieser Staat im Kampf gegen rechts alles bekämpft, was nicht links ist und dabei keine roten Linien mehr kennt. Dass in Deutschland ein Schuldirektor eine 16-jährige Schülerin aus dem laufenden Unterricht holt und ohne Anwesenheit der Eltern eine Gefährderansprache durch die Polizei durchführen lässt, weil diese auf Social Media ein Schlumpfvideo geteilt hat und die Meinung vertreten hat, dass Deutschland für sie mehr als ein Ort auf der Landkarte sei, er sei für sie Heimat, das zeigt doch jedem überzeugten Demokraten, dass dieser Kampf gegen rechts nichts, aber auch gar nichts mit dem Schutz unserer Demokratie zu tun hat, sondern genau das Gegenteil bewirken will, nämlich den gänzlichen Ausschluss jeder nicht linken Meinung aus dem demokratischen Diskurs. Diese links-grün-roten Politkommissare betätigen sich damit als Totengräber unserer Demokratie, Herr Hartmann, und dass sie sich jetzt sogar an unseren Kindern vergreifen, das dürfen und werden wir denen niemals durchgehen lassen. Es muss in diesem Land aufhören, dass legitime Meinungsäußerungen unter dem Deckmantel einer angeblich verfassungsrelevanten Delegitimierung des Staates verfolgt werden. Wir brauchen endlich wieder richtige Meinungsfreiheit. Und unsere Sicherheitsorgane müssen sich stattdessen endlich um tatsächliche Sicherheitsgefahren kümmern. Und dazu gehört vor allem der bisher sträflich vernachlässigte Linksextremismus und Terrorismus. Dieser muss endlich mit aller Horte und Konsequenz bekämpft werden. Und wenn die AfD in Regierungsverantwortung ist, dann werden wir genau das umsetzen. Die Sicherheit unserer Bürger vor allen Extremismusformen hat für uns oberste Priorität. Und im Gegensatz zur Innenministerin ist das für uns keine hohle Phrase, sondern Verpflichtung zu aktivem Handeln. Wir werden eine klare Null-Toleranz-Strategie mit maximaler Robustheit umsetzen. Wir verbieten die linksextremistische Rote Hilfe und die Antifa. Wir schalten die linksextremistische Plattform in die Mediaorg endgültig ab. Wir sorgen dafür, dass alle linksextremistisch besetzten Gebäude in Deutschland endlich geräumt werden. Und wir unterbinden die Finanzierung von Linksextremisten und Terroristen. So muss man mit Staatsfeinden umgehen, wenn man eine Sicherheit in Deutschland schaffen will. Die klare Botschaft einer AfD-Regierung an alle Linksextremisten und Terroristen lautet, die Zeiten, in denen ihr euch nahezu ungehemmt in unserer Gesellschaft austoben konntet, sind vorbei. Dieser Staat schlägt ab sofort zurück. Wir lassen uns von euch nicht länger terrorisieren. Vielen Dank.